Ein wunderschönen Sonntag, Morgen, Mittag, Brunch, wie auch immer wir das nennen und wie lange diese Sendung wird. Es ist heute der 5. April. Es ist 10.34 Uhr, genau ein Kaffee länger als geplant, denn die Kaffeemaschine war nicht mehr warm und brauchte einen Moment länger, damit der Kaffee warm wird. So, erst einmal vielen, vielen Dank für die 1.400 oder sogar jetzt über 1.400 Abonnenten. Ich habe auch gestern Abend damit nicht gerechnet, weil es ging wieder runter. Wir waren glaube ich bei 1.394, als ich ins Bett gegangen bin. Ihr müsstet mir mal ein Zeichen geben, wie das gerade von dem Sound ist, weil ich denke, ich habe unter Catalina den Fehler gefunden, warum es teilweise so schlechten Sound gab. Oder ich überhaupt nicht zu hören war, denn da gab es mit dem, wie nennt man das, den verschiedenen Durchreichen der Audiospuren. Ich bringe ja hier mehrere Audiospuren zusammen und versuche die über eine rauszubringen, gab es wohl Probleme. Und habe jetzt gestern Nacht ein neues Programm ausprobiert und auch getestet. Also das, was ich als Sicherheitsfall bekomme, da klingt das alles gut, aber ihr müsst mir das auch sagen, wie das bei euch klingt. So, ich fange dann jetzt mal eben ganz schnell hier unten an zu gucken, ob schon jemand sagt, Ton ist top, fantastisch. Dann fangen wir noch mit der Begrüßung an. Und da zwar ist der Selvin Kalevra dabei, der Hilma Schmitz, Paparazzi, Soundless Driving. Schönen Dank nochmal für das Gästeinterview vom Thorsten. Fand ich sehr interessant, die Ansichten. Im Übrigen sind wir nicht geblacklistet worden mit dem Stream bisher, auch wenn wir kritisch teilweise gesprochen haben. Aber der Algorithmus ist uns gnädig geblieben. Der Axel Müller ist dabei. Sasa Binks. Thomas Havlik. Frank L. steht hier nur noch bei mir. Soul Electric Fan, den sehe ich auch bei allen anderen Live-Sendungen immer. Sehr viele Grüße dahin. Nach Gandakesee, in die fast alte Heimat. Andi P. ist mit am Start. Karl Seiber. Das heißt, auch unser Podcast ist für heute Abend wieder gesichert. Otto Leherer. Schöne Grüße nach Österreich. Der Yugi. Baronimus ist mit dabei. Das ist einer der treuesten Focker-Zuschauer. Schönen Dank auch, dass du wieder dabei bist. Der Raimund Stapelfeld, Leif Eriksen, FS, Rovel, Stirnfront, Sepp, die Madame George, Andreas ist mit am Start. Ralf Schorsch, Hans Henning, SunTrackTrack, Christian Bergmann, Olaf Boos, Peter, D-Mark 2002, Günther Maschler, Mobilitätsberater. Jetzt ist hier gerade etwas gesprungen. Ich hoffe, ich vergesse keinen. Peter Sauer ist mit am Start. Davor ist aber noch die Stefanie Basler. Schöne Grüße dahin. Ich glaube, ich lese gleich auch Andreas Basler, wenn wir weiter runtergucken. Der Christian Dietrich ist mit dabei. Werner Schmitz ist dabei. Alfred A. Da ist er schon, der Andreas Basler. Yugi. Wer mag's? Nur Duk. Mainz da. Kurt Hafner, Jürgen, ich meine Ernst J. und Peter Asseln. Vielen Dank für alle, die da sind. Ihr habt das schon verstanden, wie das funktioniert. Die Sendung soll live sein. Ich reagiere auf das, was hier drüben auch passiert. Wenn ihr ein Ad fair schreibt, also das Ad-Zeichen, ein F-A-1-R, dann wird das orange untermalt. Und dann komme ich auch häufiger mal aus der Spur, wenn ich solche Nachrichten wie von Mainz da gerade lese, dass der größte Fehler schon war, auf das Mac OS zu gehen. Nein, ich mag's. Also, ist eine Errungenschaft oder beziehungsweise etwas, wo ich sehr stolz drauf bin, diesen Switch gemacht zu haben. Ich bin aber mit beiden Systemen oder beiden Betriebssystemen gerade glücklich. Sowohl mit dem Mac OS auf dem Gerät, wo ich streame und aufzeichne und auch die Sachen schneide, weil das einfach wirklich komfortabler läuft. Und hier, wo ich dann eine Windows 10 Maschine habe, mit der ich dann dementsprechend alles andere mache, was nicht so funktioniert oder nicht so gut. Diese Woche soll es auch um die EV-News der Woche gehen. Und ich habe mal wieder versucht, so breit wie möglich mich aufzustellen. Es werden auch Tesla-News dabei sein. Es gab ein paar. Es sind aber auch ganz viele neue Themen dabei. Legen wir gleich nämlich mit Rivian los. Aber bevor, möchte ich mich für die gigantischen Donations von letzter Woche bedanken. Da ist über die Ko-Fi-Seite, unten seht ihr den Link, so unheimlich viel gekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Sogar nach der Sendung haben noch einige gespendet zur 100. Sendung. Danke dafür. Das muss nicht sein. Ich mache das hier nicht als meinen Job. Das ist ein Hobby. Ich mache diese Sendung gerne. Ich nehme aber jede Unterstützung gerne an. Ihr wisst, dass ich damit auch soziale Projekte fördere, wie Viva Con Agfa. Aber man muss hier kein Geld reinschmeißen in den Schlitzkasten, damit man etwas sieht oder hört. Sondern ich bin erstmal so für euch da. Jetzt ist die Situation, wie sie da draußen ist, auch bei Rivian eingeschlagen, denn da werden auch so die Pläne, die Produktionspläne, die Release-Pläne ein bisschen über den Haufen geworfen. Wie ich allerdings finde, haben sie aus der Not eine Tugend gemacht und haben ein wunderbares Video zu dem Fortschritt über ihre Fabrik mitgezeigt, wie es dort vorangeht. Auch wenn es etwas langsamer läuft, packt das unten gerne mit rein. Es sind diese Woche einige Videos, die ich direkt nach der Sendung verlinken werde. Ihr müsst vielleicht ein bisschen Geduld haben, weil letzte Woche konnte ich die Links nicht reinhängen oder auch in einem Gästeinterview, weil YouTube ist anscheinend gerade ein bisschen busy und teilweise ist es dann nicht möglich, eine Änderung, während das Video prozessiert wird, hochzuladen, die dann auch wirklich live ist. Also der Yogi hatte mich dann darauf hingewiesen, dass die ganzen Links, die der Thorsten von Soundless Driving uns gegeben hat, nicht da waren. Dann habe ich sie erst einen Tag später nochmal reingeladen und dann waren sie dann auch da. Weiter geht es mit Audi. Audi hat, wie ihr wahrscheinlich auf anderen Kanälen gesehen habt, da gab es nämlich auch schon Fahrberichte dazu, seine, wie soll ich das sagen, Produktpalette um ein SUV-Sports-Coupé erweitert. Es läuft immer noch auf der PEP, P-P-E-Plattform, nicht PEP, sondern P-P-E-Plattform. Ich rede Blödsinn, ne? Das ist noch nicht die P-P-E-Plattform, sondern das ist noch die alte Plattform, die das Kürzel Evolution mit am Ende bekommen hat. Und auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, dass wir hier sozusagen ein kleines Facelift von dem e-tron bekommen haben. Und dieses kleine Facelift ist jetzt nicht, dass Lichter und irgendwelche Stoßfänger oder so weiter sich geändert haben, sondern auch hier die Technik ein bisschen gelernt hat und verbessert wurde. So ist es so, dass ihr den e-tron Coupé und, wie ich mich versichert habe, auch die zukünftigen Standard, also den alten e-tron, mit einem 22 kW AC-Lader bestellen könnt, was ihr auch auf jeden Fall machen solltet, weil das ist definitiv eine geniale Sache, auch wenn ihr zu Hause euch eine Wallbox hinpackt und es vielleicht doch mal schneller gehen soll, als in 8 oder in 10 Stunden den Wagen nachzuladen. Da unten steht das MQL Evo. Genau, und die MQL ist auch die Plattform, oder MLB ist auch die Plattform vom Q5, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Da kommen wir aber gleich noch weiter zu, denn auch dazu gab es weitere News. So, sie geben hier eine Systemleistung von dem Coupé von 300 kW an. Es ist jetzt etwas besser gesteuert, von wann der Frontmotor mit einsetzt und wann der Hauptmotor, der Heckmotor dann eingesetzt wird, unterstützt wird. Sie geben nach WLTP 446 km an. Ich denke, das wird in Realität interessant werden, das wirklich zu schaffen. Aber wir haben ja einen unter uns, der einen 50er jetzt fährt und der uns da auch schon bewiesen hat, dass sehr wohl die Verbräuche hin Richtung WLTP-Zyklus gebracht werden können. Nichtsdestotrotz, schönes Fahrzeug. Habe ich da noch was zu sagen? Ich glaube, nein. Die Spielerei, die wiederkommt, ist der Slogan von Audi, Fortschritt durch Lichttechnik. Man kann mit diesen LED-Lichtern jetzt auch Symbole und so weiter wie ein Beamer zaubern. Ich glaube, das sind jetzt Spielereien, die man nicht wirklich braucht. Was allerdings diese Technologie auch ermöglicht, ist, dass selbst wenn ihr Gegenverkehr habt, nur dieser Bereich, wo der Gegenverkehr ist, ausgeleuchtet wird oder eben nicht beleuchtet wird und der Rest der Straße weiterhin hervorragend ausgeleuchtet wird, was ich hervorragend und sehr, sehr wichtig finde. Also für mich ist dieses Thema Sehen und Gesehenwerden bei einem Fahrzeug sehr wichtig. Sie sprechen hier noch von einem CW-Wert von 0,25, was für einen SUV sicherlich auch sehr gut ist. Ich meine, 0,22 sollte der CW-Wert vom Model Y sein, also in einem guten Rahmen. Und das Fahrzeug ist wesentlich größer als das Model Y. So, weiter ging es aber auch im Pressezentrum von Audi. Die haben nämlich einerseits 20 neue Elektrofahrzeuge für die nächsten fünf Jahre vorgestellt. Und da muss man immer ein bisschen gucken. Also ein Fahrzeug ist jetzt auch der Unterschied zwischen dem normalen e-tron und dem e-tron Sportsback. Es sind so gesehen auch schon zwei Fahrzeuge. Und es wird dann ja noch die Sport-Versionen davon geben. Auch die wurden vorgestellt. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben einmal hier die MLB-EWU-Plattform. Da haben wir es jetzt auch. Darum habe ich gesagt, die wird gleich kommen. Wo auch wunderbar schön auf der Seite erklärt ist, wie die Plattform heute aussieht. Wie das Fahrzeug aufgebaut wird. Jeder, der in München sein konnte, da wo dieser abgestürzte Meteor war, wo man sich also erstmal Probe fahren konnte. Und dann aber auch berieseln lassen konnte mit einer HoloLens die verschiedenen Schichten des Fahrzeuges angucken konnte. Wie der Stromfluss ist und so weiter. Wird das auch schon gesehen haben. Und hier haben wir dann die Informationen hin zu dem e-tron S. Also den gibt es sowohl für das Sportsback als auch für den Standard e-tron. Dort werden hinten Twin-Motoren reingebaut. Vorne ist dann der Standardmotor noch. Und hat dann wesentlich mehr Leistung. Wenn ihr mich fragt, ist das ein Thema, was mich weniger interessiert. Also ich finde, oder ich habe noch kein Elektrofahrzeug gefahren, wo ich gesagt hätte, das muss noch mehr Performance haben. Aber ich denke, da jagt man sicherlich nach den Beschleunigungswerten, dass man da auch sagen kann, da können wir mit Tesla mithalten. Und deshalb diese wahnsinnig hohen Kilowatt-Systemleistungen dort. Dann geht es weiter mit dem wahrscheinlich schönsten, sexiesten Fahrzeug, was zu erwarten ist. So, jetzt machen wir das mal hier. Der Alex Müller hatte dazu auch ein Foto bei Twitter die Woche gezeigt. Und zwar ist das e-tron GT. Und da hat er schon gesagt, das ist wahrscheinlich die etwas biedere oder die etwas, wie soll man das sagen, harmlosere Version des Porsche Taycan. Der im Übrigen schon zwei, oder jetzt könnt ihr einsetzen, was ihr wollt, entweder erst oder schon zwei Prozent der gesamten Bestellung der neuen Porsches im letzten Monat ausgemacht hat. Ich finde das Fahrzeug absolut klasse. Ich finde dieses Fahrzeug allerdings interessanter und bin echt gespannt, das dann mal Probe zu fahren, wenn es dann auf den Markt kommt. So, weiter geht es dann mit etwas, was wahrscheinlich in die Richtung des Cross gehen wird. Denn er wird auch auf der MEB-Plattform gebaut von VW. Das ist der Q4 e-tron Konzept steht hier noch. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass er von den Ausmaßen wahrscheinlich sehr vergleichbar mit dem ID.4 oder damals Cross sein wird. Ja, da wird es auch unterschiedliche Varianten von geben. Da wird es auch eine Sportsbag-Variante von geben und so weiter und so fort. Und ihr habt, diese PPE-Plattform wird für Medium bis Large Premium-Fahrzeuge sein. Der Q5 wird dann, wie gesagt, bei dem Mutterunternehmen oder auf der Plattform des Mutterunternehmens gebaut werden. Das heißt, hier macht man sich auch große Gedanken. Wir haben nachher eine News noch zu Audi. Ich weiß nicht, warum ich sie jetzt wieder nicht hier vorne mit drin habe oder ich sie verschoben habe. Die finde ich ein bisschen fragwürdig, aber das kann ja auch noch sein, dass sich das ändert. Genau, der Rolf schreibt gerade, geht bei Audi auch um den Fahrkomfort, da kein Differenzial. Da spricht er wahrscheinlich die Dualmotoren mit an. So, weiter geht es mit Lucid. So, bei Lucid ist es auch so, da gibt es ein bisschen negative Nachrichten oder negative sind nicht eigentlich traurige Nachrichten. Also die Vorstellung im April ist verschoben worden, die in New York passieren wollte. Da wollte uns Owe ja auch hinfahren. Trotzdem haben sie einen schönen Beitrag geliefert und zwar sind sie aus San Francisco nach Los Angeles einmal auf dem Highway 1. Das ist direkt diese schöne Küstenstrecke von San Francisco nach Los Angeles. Das glaubt keinem Reiseführer, der euch die andere Richtung erklärt. Das ist kompletter Bullshit, sondern von San Francisco nach Los Angeles fahren, weil dann fahrt ihr sozusagen an der Klippe und guckt ins Meer und habt nicht eine Straße dazwischen. Dann habt ihr auf der rechten Seite dann auch immer Haltebuchten oder Parkplätze, wo ihr rausfahren könnt. Warum erzähle ich euch das? Diese Strecke ist das Fahrzeug nämlich gefahren und das sind über 800 Meilen gewesen. Und das Fahrzeug hat es dort geschafft, mit einer Lade oder mit einer Ladung 400 Meilen oder sogar mehr als 400 Meilen, was 643 Kilometer sind, am Stück zu fahren. Und jetzt kommt das Interessante. Es ist nicht etwa am Schnelllader dann über Nacht wieder aufgeladen worden, um dann die Strecke wieder zurückzufahren, sondern an einem herkömmlichen 22 kW Lader. Denn auch der Lucid Air wird hier einen Doppellader, wie wir ihn nennen, also einen 22 kW Lader haben. Auch dieses Video werde ich euch damit reinhängen. Ich finde nach wie vor, dass ein atemberaubendes Fahrzeug, es wird mir wahrscheinlich die Spucke nehmen, wenn dann wirklich der Preis mal rauskommt. Und Owe hat da ja auch schon mal nachgefragt. Es gibt Gerüchte im Netz, dass das Fahrzeug ja mal ab 65.000 US-Dollar zu haben sein sollte. Owe geht mehr davon aus, dass es wahrscheinlich in der Preisrange eines Model S, also sagen wir mal 100.000, 120.000 US-Dollar oder respektive Euro liegen wird. Und damit eher ein Fahrzeug, was ich mir nicht leisten möchte. Ich weiß, dass auch der e-tron GT in dieser Preisrange sein wird. Das bleibt somit dann erstmal ein Traumfahrzeug, weil ich so viel Geld in ein Auto eigentlich nicht investieren möchte. So, der Axel Müller schreibt, der e-tron GT scheint eher eine neidärmere Version des Porsches zu sein. Genau, das war der Ausdruck, den er gemacht hatte. Ja, das kann schon sein. Und dann Meinster schreibt, habe das auch mit den 100.000 Euro gesehen. Ich glaube, hier ist die Sonne draufstand, auch auf der Homepage von denen. Okay, das wäre nämlich interessant, weil diese Information, also was er dann wirklich kosten soll und wo es damit hingehen soll, sollte in New York bei der Vorstellung des Lucid Air passieren. New York ist sicherlich gerade nicht so ein guter Platz, um so eine Vorstellung zu machen. Es wird hier im Übrigen auch darüber überlegt, das in einem Live-Cast, also auch wieder online vorzustellen. Ich denke, wir haben so gute Präsentationen und Produktionen rum, um Live-Shows schon gesehen, dass man das durchaus machen kann. Und dann sollte man sich lieber darauf konzentrieren, was sie auch planen, ihre Verkaufsbüros in der Welt und auch in Deutschland aufzubauen. So, jetzt gibt es erstmal einen Schluck Kaffee. Also, auch bei GM ist es so, dass, fangen wir erstmal vorne an. Das Fahrzeug wurde ja gerade mit den Updates für die 2022er Modell-Serie vorgestellt. Das heißt, das Fahrzeug, was ab nächsten Jahr dann, ab 1. Januar dann auf den Markt kommen soll. Und leider, oder anders, dann gab es erstmal einen Riesenschub an Bestellungen dort. Die sind fast 68 Prozent höher als im Vorjahr im gleichen Monat. Das liegt aber daran, dass es so eine Unterstützung, also ein Credit-System wieder in einigen Bundesstaaten dazu gab für elektrische Fahrzeuge. Und aufgrund der Pandemie ist es aber so, dass GM hier ein bisschen die Euphorie einbremsen muss, weil sie nämlich auch ihre Fabriken runtergefahren haben. Und dass es hier etwas länger dauern wird, bis die Fahrzeuge dann auch wirklich rauskommen. Also, ich denke, dieses Problem werden viele haben. Und man muss dann den Weg finden, wie man die Fahrzeuge dennoch produziert und vielleicht kontaktlos übermittelt. Und ich bin schon wieder abgelenkt. Der Thomas Havlik hat vollkommen recht. Also, mit Autos kann man schon schön Geld verbrennen. Das ist absolut richtig. Und immer daran denken, ein Auto ist keine Investition. Ein Auto ist eine Verbindlichkeit. Darüber mal nachdenken. Gibt es auch mal mehr zuzuhören? So, dann ist leider, oder ich habe es nur als Video gefunden, von Atlas Auto oder Motors Vehicle. So, die haben ein Battery Day gemacht. Warum ist hier nur ein Video drin? Weil das werde ich auch mit verlinken und werde euch jetzt erzählen, was ihr zu diesem Video oder von dieser Atlas Motor Vehicles erwarten könnt. Und zwar sagen sie, dass sie eine sogenannte Secret Sauce, also eine Geheimsoße gefunden haben, mit der sie die Zellenchemie so tweaken, dass die Batterie innerhalb von 10 Minuten voll geladen werden kann, ohne dass es irgendeinen Einfluss auf die Lebenszeit der Batterien geben soll. Es ist halt, wie gesagt, wieder nur ein Start-up bzw. ein Forschungsprojekt, was noch nicht in der Industrialisierung ist. Das heißt, es werden noch nicht große Stückzahlen davon präsentiert. Nichtsdestotrotz, finde ich, oder hatte ja auch jemand danach gefragt, was passiert eigentlich an der Batteriefront? Ist es wirklich nur Tesla und Panasonic, die da Fortschritte machen? Und da hatte ich ja gesagt, nehmt, also es ist auch, dass wir in Europa damit Fortschritte machen und eigentlich überall auf der Welt solche Start-ups sind, die entweder an der Zellchemie oder sogar an komplett neuen Infrastrukturen von Zellen arbeiten. Sei es Solid State, sei es wie BYD mit ihrer Lithium-Eisenphosphat-Batterie, die ja die sicherste Batterie der Welt aktuell sein soll, in Produktion befindliche Batterie der Welt sein soll, weil sie einfach wesentlich schwerer brennt. Wo man auch einen Nagel in die Zelle reinhauen kann oder in das ganze Akku-Pack und wo früher so Temperaturen zwischen 4 bis 600 Grad entstanden sind und das eben das Problem ist, dass man das sehr schwer löschen konnte, sind jetzt dann irgendwie so 36 bis 60 Grad gemessen werden. Also das heißt, dass wir dieses Thema abbrennen irgendwie auch vollkommen hinkommen. Ja, was passiert eigentlich bei Karma? Also Karma möchte, oder Karma Automotive, und das ist jetzt nicht zu verwechseln mit unserem Fisker, sondern Karma Automotive hat sozusagen die Überbleibsel von dem Fisker Karma und das dem darum befindlichen Unternehmen gekauft und ein eigenes Startup-Unternehmen gegründet. Und die hatten ja so einen super Sportler mal vorgestellt und jetzt geht es darum, dass sie hier auch eine EV-Plattform versuchen zu etablieren, wo sie auch verschiedenste und flexible Fahrzeuge mit einem Fokus auf Long Range oder Extended Range bauen können, die dann dementsprechend verkauft werden. Das heißt also genau das, was ich euch ja gesagt habe, es gibt einen Markt für diese Startups, wie auch ein Rivian, wie auch ein Canoe, wie, wen haben wir denn da noch, da der seine Plattform mit anbietet, wie ein VW, wo dann andere Hersteller draufspringen können und diese Plattform dann adaptieren für ihre Fahrzeuge, wie ein Street-Scooter im Übrigen auch. Also bei Street-Scooter sollte es sie weitergeben. Es ist ja auch vorgesehen gewesen, dass man auf diese Plattform unterschiedlichste Baugruppen raufsetzt und damit aus einem Transporter oder einem Kastenwagen oder was auch immer baut und somit die Entwicklungs- und Research- und Entwicklungszeit bei den Automobilherstellern damit reduziert wird, weil sie sich dann, wie gesagt, die Plattform nehmen und sich darum kümmern, was sie am besten können, nämlich das Thema Industrialisierung. Also es heißt, große Stückzahlen rausbringen, damit die Gesamtkosten reduzieren und bezahlbare Fahrzeuge auf den Markt bringen. So, genau. Bevor ich weiter mache, ich habe nämlich hier im Augenwinkel den Blauzahn gerade gesehen. Der hat auch nochmal an unserem Gästeinterview ein bisschen rumgetweakt und den Sound verbessert. Wie er das gemacht hat, ist für mich komplettes Rätsel. Also ich habe ihm schon gesagt, er ist für mich eingestellt, er kann dann gerne dieses Thema machen. Er möchte aber auch nochmal ein Gästeinterview mit mir machen oder ein weiteres Interview machen in dieser wunderbaren Phase. Was mich zu dem Aufruf bringt, denkt bitte gerade in dieser Zeit dran. Also mir ist das egal, wie viele Abonnenten hier dazu kommen, Aber die, die da sind, sollten unbedingt die Glocke mitdrücken, weil der Algorithmus von YouTube gerade macht, was er möchte. Das heißt, ihr werdet nicht einmal darüber informiert, wenn ein von euch abonnierter Kanal ein Video rausbringt, weil der Algorithmus gerade selbst entscheidet, was er für wichtig hält, was gepusht werden soll oder nicht. Nur, wenn die Glocke auch mitgedrückt ist, dann bekommt ihr sofort darüber Bescheid, wenn ein neues Video von eurem präferierten YouTuber live gesetzt wird oder hochgeladen wird. Das dazu. So, der Rolf schreibt auch nochmal, auch Bändler hat solch eine Plattform. Ja, also, und wen haben wir da? Das ist ein Zulieferer. Und wir erzählen ja immer, dass die Zulieferer als erstes sterben werden. Zum Glück zeigen die uns oder üben sie uns Lügen, denn es ist eben so, dass sie sich Gedanken dahin machen, dass Zulieferer entweder sich spezialisiert haben auf Powertrains oder sich darauf spezialisiert haben, Übersetzungen wie zum Beispiel bei ZF für den Porsche, also eine Zweigang-Automatik-Schaltung für Elektrofahrzeuge rauszubringen oder, 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 oder. Weiter geht es aber mit unserem ehemaligen US-Präsidenten, denn der ist etwas explodiert, als der Trump diese Woche die unter Obama initiierten Regeln für die Verbräuche in den USA zurückgedreht haben und er eigentlich damit das Thema Big Oil wieder angeschoben hat. Und darauf hat Obama dann dementsprechend auch reagiert und hat gesagt, also eigentlich haben wir nicht mehr die Zeit, so etwas zu machen, dass hier schwach effiziente Verbrennungsfahrzeuge gerade aufgrund der Pandemie weiter gefahren werden können und nicht angehalten werden, diese Fahrzeuge in saubere Fahrzeuge zu bringen, beziehungsweise ist es sogar noch schlimmer, Fahrzeuge, die aktuell hätten nicht fahren dürfen, weil sie ungefiltert ihren Zeug in die Luft werfen. Also das wäre zum Beispiel so, als würden wir sagen, in den Städten, wo wir die Umweltzonen haben, dürfen normalerweise nur die mit der grünen Plakette und der 4 reinfahren. Und Trump hätte das, oder hat, in den USA oder hätte das in Deutschland dann dementsprechend so geeinigt, dass jetzt auch die Roten wieder reinfahren dürfen, weil aufgrund der Pandemie ja nichts produziert werden kann. Und Obama spricht ja eigentlich auch eher von den Konsequenzen, dass es eben nicht möglich ist. Zum Glück, das hatten wir ja auch schon gesprochen, sind genügend grüne Bundesstaaten in den USA, die das Thema eigens in die Hand nehmen und Bundesstaatengesetze machen, also sowas wie Kalifornien. Da wird es weiterhin diese starken oder diese hohen Umweltstandards geben und wird es auch Strafen geben. Die sind halt eben nicht bundesweit dann gelten. So, dann schreibt hier Glocke Check, fantastisch, vielen Dank dafür. Oder Mainz, da schreibt, dass es mit der Glocke auch nicht hinhaut. Also ich habe extra auch dazu hier in dem Creator-Studio von YouTube dazu einen Bericht von denen gekriegt, aber es kann schon sein, dass gerade aufgrund der hohen Nachfrage auch wirklich nicht alles bei YouTube gerade sauber läuft. Dann schreibt der Günter Mascher noch. Wie geht es mit Ego weiter? Von Sono Mörtos hört man gar nichts mehr. Schade. Also, zu beiden gibt es eigentlich News. Beide haben diese Woche von sich reden machen. Bei Ego nicht ganz so tolle News, denn die haben sich unter den Rettungsschirm geworfen und haben eine Insolvenz beantragt. Allerdings eine Insolvenz, wo sie sich selbst den Verwalter suchen können und mit dem versuchen, die Finanzen so in den Griff zu bekommen, dass es damit weitergehen wird. Wenn ihr meine persönliche Meinung dazu wissen wollt, dann denke ich, dass es in Unternehmen wie Ego sehr schwer fallen wird, zu überleben. Also einerseits, weil sie ihrem Zeitplan hinterher hinken. Als sie ihren Zeitplan aufgestellt haben, waren sie mit einem Alleinstellungsmerkmal an dem Markt. Sie wären eins der wenigen Fahrzeuge gewesen und nicht eins von vielen Fahrzeugen, die elektrisch unterwegs sind. Und genauso wie es einer Ego und einer Sonos einfach oder Sonomotors einfach extrem wehtun wird, ist die Unterstützung der Umweltprämie. Denn Ego hat damals schon bei den 2.000 Euro, die von ihnen gefordert werden, als es noch 4.000 Euro für Elektrofahrzeuge gab, gestöhnt. Und da das Thema ja jetzt nochmal erhöht wurde und das Fahrzeug ja sogar für 3.000 Euro vom Hersteller wie soll ich das sagen, befähigt ist, ist es natürlich so, dass das nochmal 1.000 Euro auf deren Seite sind, die die erstmal finden müssen. Weil es ist ja so, dass es auch die Zahlung von der Bundesregierung nur gibt oder von der BAFA nur gibt, wenn der Hersteller nachweislich einen Rabatt vom Listenpreis von eben diesen 3.000 Euro Minimum anbietet. Und das ist natürlich bei einem Startup, die wahrscheinlich mit einem ganz spitzen Bleistift die Zahlen bewertet haben, dann natürlich schwer, wenn da dann dran rumgerührt wird. Also ich sehe nicht so rosig für den Ego. Aber bei Sono Motors, die haben ein Update gegeben, dass sie gerade eine Umfrage gestartet haben, was denn die Software ist, die sie als erstes entwickeln sollen oder mit dem größten Fokus entwickeln sollen, ob es das bidirektionale Laden ist, ob es das Solarladen ist, ob es das Sharing ist und so weiter und so fort und nutzen diese Zeit gerade im Homeoffice oder beziehungsweise voneinander etwas weiter getrennt, um genau dieses voranzutreiben. Den Robin von RobinTV oder war es der Frank von Schräg? Der hatte sich ein bisschen gewundert, dass man damit jetzt erst anfängt, weil er hat es immer so verstanden, dass das bereits entwickelt ist und ein Alleinstellungsmerkmal von ihm ist. Ich hatte es immer gesagt, dass dieses Thema erst mal entwickelt werden muss und das eine ganze Zeit dauern wird. Was man aber sagen kann, ist, dass das Thema Sharing, also bei den Reservierern ihr Fahrzeug, während es nicht genutzt wird, zur Verfügung zu stellen und da vielleicht Geld für zu bekommen, gar nicht in dem Hauptfokus steht. Das hat nämlich auch diese Umfrage gezeigt. So, das zu dem Thema Ego und Sonomotors weiter geht es mit BYD. Also nicht nur haben sie die sicherste Batterie bekannt gegeben in der vergangenen Woche, sie haben auch ein riesiges Joint Venture mit Toyota gemacht. So, und jetzt kann man überlegen, warum. Es hat zwei Gründe. Zum einen wird weiterhin in China mit einem Hochdruck EV-Fahrzeuge bevorzugt, verkauft und unterstützt von dem Staat und zum anderen hat Toyota dort nichts in bezahlbaren Regionen oder vollelektrischen Fahrzeugen bisher anzubieten. Somit hat man sich zusammengetan und es ist nicht, dass es ein Joint Venture ist, das der eine Batterien liefert und der andere Fahrzeugkarosserien, sondern das ist ein neu gegründetes Unternehmen. Das nennt sich BYD, Toyota Technology Co. Limited und die werden auch hier eigene Fahrzeuge, eigene Fahrzeugkonzepte entwickeln. Erst einmal vorwiegend für den chinesischen Markt. Wir haben letzte Woche über GM gesprochen, die das mit ihren Joint Venture Partnern ähnlich machen, wo Fahrzeuge unter 20.000 US-Dollar gebaut werden, die es wahrscheinlich auch nie bei uns auf dem Markt schaffen werden, weil sie einfach vielleicht unseren Designpunkt nicht ansprechen. Also die sahen schon wirklich nicht schön aus, um alle anderen Worte nicht zu sagen und werden aber, wie gesagt, dort vor Ort nachgefragt. So, weiter geht es mit Ford. Ford versucht über historische Ansätze, nämlich Cash for Clunkers, Kunden für ihr EV-Programm zu begeistern. So berichtet nämlich hier Bloomberg, dass Ford für Fahrzeuge, die in diesem Clunkers-Thema drin sind, also Modelle, die vor langer Zeit, vor 2009 meine ich, gebaut worden sind, Sonderprogramme zu machen, wo sie einfach bei dem Kauf eines Mustang-E oder eines Plug-in-Hybriden, da geht es auch um Plug-in-Hybride, die kommen, die Fahrzeuge an den Mann zu bringen mit großen Rabatten, denn die haben in den letzten Wochen und Monaten einen Sales-Drop, also es heißt, 12% weniger im ersten Quartal an Fahrzeugen verkauft als im Jahr zuvor und da geht es auch ganz stark durch alle Branche oder alle Segmente raus, selbst bei den Trucks ist es so, dass der F-150 wesentlich weniger nachgefragt wurde. Jetzt kann man natürlich sagen, sollte man jetzt so etwas schon als positiv abzeichnen, sollte man jetzt sagen, ich investiere auch schon wieder in Automobilhersteller wie Ford aufgrund der Pandemie, ich würde sagen, es ist schon vieles in den Preisen, in den Aktienkursen eingepreist, aber wie sich dieser Shutdown einerseits von den Produktionskapazitäten, das heißt einfach nur, dass bestellte Fahrzeuge etwas später kommen, da kommt manche einen Haken dran, aber ich glaube, ihr habt das wahrscheinlich auch alle mitgekriegt, dass wir gerade einen Sprung an Arbeitslosen Zahlen in den USA haben, ich glaube, dass dort sich so ein bisschen darauf konzentriert wird, erst mal das Geld zusammenzuhalten, kann ich nur hoffen, und nicht alles über Kredite und Kreditkarten finanziert wird, natürlich sind dann halt genau solche Sales Aktionen oder Marketing Aktionen wie Cash for Clunk so etwas, wo dem Menschen wieder so ein Panikmodus in den Kopf gesetzt wird, ich muss jetzt reagieren, so günstig wie jetzt war es noch nie ein Fahrzeug zu kaufen und dann finanziere ich meinen neuen Truck über Kredite und weiß vielleicht nicht in sechs oder acht Monaten wie es zahlen muss. So, der E-Mobilitätsberater schreibt, wie willst du ein Sion fahren, wenn er nicht gebaut ist? Ja, ist schon richtig und der Soul Electric Fan schreibt, die Corona Krise arbeitet für Sonomotors, da sie mit dem Finanzierung ein wenig später dran sind. VW und alle anderen brauchen jetzt auch länger. Ne. Ne. Es kommen gleich News zu VW und wir reden von zwei Jahren für Sonomotors, bis die Fahrzeuge da sind. Also, ob es jetzt Frühsommer oder Spätsommer wird, ob es jetzt in zwei oder in vier Monaten ist, bis die ID.3s auf den Markt kommen und dann relativ früh die ID.4s hinterher rollen. Dieses Software-Thema, von dem wir ja gerade sprechen, das ist ja ein Thema, was du in den Griff kriegen kannst und selbst wenn es noch neun Monate dauert, bis diese Software steht, die wird dann ja für alle Fahrzeuge genutzt, also du spielst sie dann auf alle Fahrzeuge entsprechend drauf und was sie ja können, ist in großer Stückzahl produzieren, also ne ne also glaube ich nicht was Sonomotors in die Karten spielen könnte ist der Verbrauch der aktuell definierten Fördermenge weil wenn die nämlich aufgebraucht ist dann könnte es sein dass Sonomotors und auch Igo wenn sie dann noch bestehend nicht mehr ihren Anteil an Rabatt geben müssten das könnte ihnen in die Karten spielen ja aber jemand der 2022 plant seinen Fahrzeug auf den Markt zu bringen das sind auch locker anderthalb Jahre von dem wir sprechen glaube ich nicht dass das gerade den Indikaten spielt ehrlich nicht es wird wird sogar also wir wissen ja dass da noch einige Millionen fehlen werden und wenn sie zu diesem Aufruf kommen oder beziehungsweise das einsammeln müssen damit überhaupt die Produktion von dem Sion los gehen wird es glaube in der Situation noch schwerer werden für ein Startup Geld einzusammeln ne glaube ich nicht dass es sich gerade in den Indikaten spielt so was es aber gibt und zwar ich verbringe ja auch gerade viel Zeit vor Streams und da habe ich ja auch diesen Brief den ich meine es war der Michael Schmidt oder war es der Robin der ihn vorgelesen hat wo man wo ein Brief an EU Kommission geschickt wurde wo man darum bittet aufgrund der Pandemie die Abgaszahlen runter zu drehen es war bei Michael Schmidt der hat sich nämlich dann auch die Frage gestellt ob man dem zustimmen sollte und es ist ja nicht so dass es erst gestern oder letztes Jahr entschieden worden ist dass dieser Cut an den CO2 Werten bei den Fahrzeugen oder bei den Flotten Werten kommen soll sondern ist seit 2008 bekannt jetzt ist es aber auch so dass sich auf der anderen Seite ein Lobbyverband nämlich Charge Up Europe gegründet hat die eben genau für die Verbreitung und die Adaption von EVs sich einstellen oder einsetzen unter anderem ist dabei Allego Charge Point und EV Box Group und die versuchen dann dementsprechend auch ja viel gehört zu Sorgen von ihren Interessen und von daher glaube ich wird das nochmal interessant wie das denn damit weiter geht also ich hoffe nicht also es wäre ein Armuts Zeugnis wenn wir das wirklich zurückdrehen würden diese 85 Gramm CO2 und dann in den nächsten Jahren die weiteren Senkung was ich mir gut vorstellen könnte ist dass man vielleicht dieses Übergangsjahr was wir jetzt haben noch ins nächste Jahr mitschieben würde aber alles andere halte ich für wirklich großen Humbug und der würde auch eher den Fortschritt bremsen als irgendjemanden das Leben zu retten so ja bei BMW läuft es anscheinend in den USA nicht so gut die haben einen Sales Drop also eine Verkaufsminderung von 94% in den USA im ersten Quartal gehabt und ich meine die Zahl der verkauften Fahrzeuge ist wirklich lächerlich also 64 Fahrzeuge im ersten Quartal 2020 von dem i3 und 66 i8 wurden im Q1 2020 in den USA umgesetzt wenn ihnen nicht das zu denken gibt und das Thema angeschoben werden muss dass andere Hersteller mit EVs rein auf EV-Basis vor ihnen sind oder eben halt auch mit anderen Fahrzeugen jetzt gerade Marktanteile ergraben dann weiß ich es auch nicht aber es gibt auch positive Nachrichten also wir sprechen ja immer von von den neuen Herausforderern wie Tesla die in China neue Produktionshallen bauen diese Woche hat BMW ein neues Werk zusammen mit ihrem Joint Venture Partner BMW Brilliance gemacht hier wird hier wird ein komplett neues Werk gebaut wo eine vollelektrische 3er Serie dann dementsprechend gebaut werden soll das ganze ding wird 3 Billionen Euro das ist nicht richtig also hier ist definitiv und da wird mich gleich wieder jemand hier im Chat korrigieren also hier steht 3 Billion Euros und dann 3,24 Billion US Dollar ich denke eher das wird hier Milliarden Euro sein aber es ist auf jeden Fall wieder eine riesige Summe die da dementsprechend kommen wird schauen wir mal wie es weitergeht was macht denn der Taycan der Taycan hier haben wir es nämlich gerade hat schon diesen 2% Nachfrage des kompletten Porsche Volumens erreicht es sind allerdings 221 Taycans die hier ausgeliefert wurden und man geht halt weiter davon aus dass diese Verkäufe steigen ist halt genau das andere Thema gucken wir mal weiter wie der Taycan am Markt angenommen wird und ob diese Verkaufszahlen oder ob dieser Verkaufsanstieg nur aufgrund des Markteintrittes entstanden ist oder ob das auch nachhaltig sein wird so hier geht es weiter der Yugi schreibt im vorletzten Abschnitt stand das VW BMW und Mercedes da nicht dahinter stehen die CO2 Werte auszusetzen ist richtig es gibt aber genügend wie soll man das sagen auch der VDA der ja eigentlich der Lobbyverband der Automobilindustrie ist spricht ja nicht mehr mit der gleichen Stimme wie die Automobilhersteller also da hatten wir ja schon den Streit zwischen VW und dem VDA du musst halt immer gucken von wo das Thema angetrieben wird das heißt ja nicht nur dass ein Lobbyverband auch wirklich die Hersteller drin sind also von daher es ist es reißt ein bisschen an diesen Entscheidungen oder an diesen Lobbyverbänden und von daher ist es gut dass sich neue auch bilden auch wenn ich eher der Meinung bin dass es überhaupt gar keine Lobbyverbände geben sollte so ja das ist richtig das aber Mainstar spricht davon dass der Text nicht glaubwürdig ist wenn sie nicht wissen wie sie richtig umrechnen sollen jetzt ist aber Electric ein US amerikanisches beziehungsweise ein kanadisches Webseite und die haben sowieso ja mit ihrem Rechnungssystem ein bisschen ein Problem warum man da aus Milliarden Euro dann Billionen macht das ist halt einfach weil ja ich weiß es nicht also man könnte oder wie gesagt ich bin mir sicher wenn ich danach nochmal googeln würde reiche ich es nach und schreibe es mit in die Shownotes mit rein ich gehe von Milliarden aus also Billionen Euro glaube ich nicht dass irgendwie man für eine Fabrik zahlen würde das wäre viel zu viel das würde auch eine BMW Group nicht stemmen können so aber jetzt gibt es ein bisschen etwas technisches vielleicht ist das sogar ein Offspring dieser Sendung dass man da mal wieder ein Highlight draus macht und zwar zeigt hier die BMW Group dass sie so ein bisschen den Technologiefokus auf die Blockchain richten wollen so bei Blockchain denken immer alle an Bitcoin und denken daran dass irgendwelche Münzen geschürft werden virtuellen Münzen und so weiter und so fort ich hatte das ja schon mal erklärt dass eine Blockchain in erster Linie eine technische oder eine digitale Technologie ist mit der ich unveränderbare Contracts oder Datenpunkte generieren kann so und diese Datenpunkte kann einerseits jeder einsehen weil ich eben mit vielen Beteiligten diese eingetragenen Werte erstmal bestätige und sie danach nicht verändert werden können so und was kann ich jetzt mit so einem Konstrukt machen jetzt kann ich da natürlich hingehen und meine internationale Lieferkette mit abbilden das heißt ich kann nachweisen wo kommt eigentlich mein Kobalt her wo kommen eigentlich meine anderen Rohstoffe die ich verbrauche her und kann damit ohne ein Risiko einzugehen sehr transparent sein und diese Transparenz auch an den Kunden weitergeben und da das eben nicht manipulierbar oder nicht änderbar ist weil ich dazu ja auch genau diese Vielzahl an Bestätigern brauche die einen Datenpunkt jetzt in dieser Blockchain bestätigen ist das genau der wie soll ich sagen der Punkt warum in vielen Unternehmen oder in vielen Bereichen Prozesse die heute hochkomplex sind über solch eine Blockchain realisiert werden können also das kann sogar sein dass man hier auch das Thema Qualität mit abbildet um einfach sagen zu können das Fahrzeug das im Zeitraum Dezember 2019 bis Februar 2020 produziert sind zurückzurufen weil hier vielleicht ein Lieferant gewesen ist also ich kann ganz genau zuordnen welche Fahrzeuge das gewesen oder wenn es doch mal Rückfragen zu einer Herkunft eines Materials eines verwendeten Rohstoffes gibt kann ich genau sehen okay dieser Lieferant hat nur in dem und dem Zeitpunkt geliefert also das ist wirklich eine geniale Technologie die wie ich finde nach und nach auch weiter eingesetzt werden wird so weiter geht es dann mit den Antriebssystemen kurz hatte ich es ja schon mal angesprochen dass die BMW Group auch zusammen mit Toyota an einer Antriebssystem deiner Wahl oder unserer Wahl arbeitet das heißt ich kann mir einen Verbrenner aussuchen ich kann mir ein Elektrofahrzeug ein Batterie elektrisches Fahrzeug aussuchen oder ich kann mir ein Wasserstofffahrzeug aussuchen bevor jetzt die Aluhüte aufgesetzt werden schreibt BMW hier auch ganz klar was sie denn da eigentlich gemeinsam mit Toyota machen sie setzen hier auf die aktuelle Mirai Technologie auf die in den neuen Mirai auch reinkommen soll das ist das erste mal dass die Technologie auch industrialisiert werden soll also wo halt die Maschine auch wirklich das Setup des Fahrzeugs realisieren kann und sie sprechen aber davon dass es zum Ende der aktuellen Dekade so weit sein wird dass es hier konkurrenzfähige vom Preis Fahrzeuge geben wird und das ist das ja auch was ich gesagt habe also die Unternehmen die noch in Wasserstoff forschen und entwickeln gehen von zwei bis drei weiteren Evolutionsstufen aus dass Evolutionsschritte sind sind nichts so trotz sollen sie machen ich sehe das immer noch nicht und ich glaube wenn wir neun Jahre von heute weiter gucken dann sind wir so weit in dem Thema Batterietechnik dann werden wir wahrscheinlich auch die ersten Erkenntnisse aus dem Batterierecycling haben dass sich niemand mehr dafür interessieren wird und wenn solche Unternehmen wie Atlas was ich vorhin erzählt habe oder andere Hersteller soweit sind dass du deine Batterie innerhalb von 10 Minuten wieder voll laden kannst dann brauchen wir auch keinen Wasserstoff mehr kommen wir zu Tesla und zwar hat Tesla es geschafft was wahrscheinlich niemand irgendwie erwartet hat aufgrund dieser Krise dass sie in ihrem dass sie knapp 88 400 Fahrzeuge davon ausgeliefert haben das heißt Tesla fängt jetzt an wie auch herkömmliche OEMs auf Stock zu produzieren das heißt es sind Fahrzeuge verfügbar oder es werden Fahrzeuge gebaut die keine konkrete Bestellung inne haben das ist ein Thema was genau diese angesprochenen Skaleneffekte mit hervorhebt und es dann ermöglicht die Gesamtkosten zu reduzieren die kann ich jetzt an den Kunden weitergeben kann aber damit auch in erster Linie jetzt vielleicht meine Marge dementsprechend erhöhen ich weiß nicht wer von euch auch diese Woche die Werbung bekommen hat von Tesla es ist jetzt das erste Mal dass man auch Lagerfahrzeuge bestellen kann da geht es vom Model 3 bis hin zum Model X gibt es alles sofort verfügbar also wenn euch die Konfiguration oder das Fahrzeug gefällt ist es sofort für euch lieferbar es gibt sogar Vorführer die irgendwie unter 250 Kilometer sind die dort gekauft werden können so jetzt bei Vorführern wäre ich vorsichtig das können auch Kunden Fahrzeuge sein die innerhalb der ersten 30 Tage zurückgegeben worden sind weil sie vielleicht mit der Bauqualität nicht zufrieden waren das kann sein dass das schon nachgebessert wurde oder nachgebessert werden muss ist nichts schlimmes warum ich das sage ist eher man muss dort vorsichtig sein weil wenn dieses Fahrzeug bereits die BAFA Förderung bekommen hat ist das bei dem Gebraucht Fahrzeug beim zweiten Besitzer eben nicht mehr möglich ist jetzt der Vorbesitzer Tesla gewesen also das heißt es ist ein wirkliches Vorführfahrzeug und ihr seid der erste Besitzer könnt ihr sogar da noch auf die Preise die etwas niedriger sind als wenn sie im Konfigurator bauen würdet nochmals profitieren also für alle die sich gerade für einen Tesla interessieren schaut doch mal vorbei und räumt das Lager dort leer dann könnt ihr relativ schnell auch elektrisch unterwegs sein Mainstar und Raimund Staffel sind heute sehr mitteilungsbedürftig also Mainstar schreibt das ist schon eine alte Weisheit entweder produziere ich voll oder gar nicht und solche Lagerfahrzeuge gehen immer oft guter Preis für die Leistung genau das unterstützt meine Aussage und Reimund Stabelfeld hat Tesla doch schon immer gemacht meines Wissens nach also Stock nur Tesla hat das Glück nur wenige Varianten zu produzieren und vieles ist nur Software Ja und Nein also dass das Model 3 auf Stock gebaut wurde ist so nicht richtig also man hat ja dort auch über die Maßnahmen erst die hochpreisigen Fahrzeuge auf zu rollen und auch jetzt bei Model Y wo man sogar Reservierer angeschrieben hat und gesagt wenn ihr eure Konfiguration vom 7-Sitz auf dem 5-Sitz erändert dann habt ihr den Wagen innerhalb der nächsten 4 Wochen und da hat man natürlich auch erstmal die Performance und Allwheel oder ja doch Allwheel Dualmotor Varianten an den Mann gebracht dazu gibt es nachher auch noch etwas das ändert sich nämlich auch und ansonsten ist es richtig dass das alle Hersteller machen um damit den Preis zu senken so jetzt das hatte ich letzte Woche schon mal angeteasert und zwar oder beziehungsweise in der Interview Sendung mit dem Thorsten bei VW laufen die Reservierungen für die Drillinge und hier insbesondere für den E-Up hervorragend es gibt da nämlich schon 20.000 Reservierungen aus den letzten drei Monaten das bedeutet für meinen lieben Vater du wirst noch einige Zeit auf dein Fahrzeug warten müssen denn da ist die Produktionskapazität auch runtergefahren worden die ja in Slowenien gebaut werden die Drillinge und da wird es wahrscheinlich doch wir hatten oder er hat einen Liefertermin bis Mitte Juni das könnte klappen oder auch noch einen Moment länger dauern aber wie gesagt das Fahrzeug wird nachgefragt ist auch genau das richtige Fahrzeug um damit zu starten wenn man das zum Beispiel für den U-Bahn oder den Zweitfahrzeug Ansatz haben möchte von daher geniales Fahrzeug ich freue mich schon den abzuholen und darüber zu berichten weiter geht es auch hier mit VW was auch eine Nachricht ist die diese Woche gekommen ist die E-Golf Produktion die ja uns schon mehrere Male als tot erklärt wurde die geht weiter auch weiter mit diesen genialen Leasing Angeboten die es gibt teilweise könnt ihr einen E-Golf in NRW für unter 99 Euro im Monat netto leasen als Firmenfahrzeug denn da gibt es auch noch zusätzlich Fördermaster Maßnahmen von dem Bundesland ansonsten ist es einfach so dass damit die Produktionskapazität noch hochgehalten werden und natürlich hier das Thema CO2 Regulierung eingehalten werden soll von daher macht da VW eigentlich genau das Richtige auch wenn sie die Aussage treffen dass da in Brüssel jetzt nicht nachgebessert werden soll von daher alle gut also von daher sehr sehr gut und eigentlich war ja der E-Golf auch vorgesehen in die WeShare da heißen die glaube ich Plattformen mit rein zu gehen die ja diese Carsharing Angebote in Berlin sind sie glaube ich gerade unterstützen sollen also von daher wer noch ein E-Golf will schaut doch mal rein da gibt es noch welche zu bestellen oder ihr wartet auf den ID.3 was ich eher machen würde so weiter geht es und das ist dieser wichtige Punkt den ich ja immer angesprochen habe natürlich ist es lächerlich dass wir Software Probleme haben aber wir müssen auch verstehen was VW eigentlich da machen will und machen muss um mit Tesla mitzuhalten und dieses Thema Augmented Reality oder diese Zusatzinformationen die sie über das Heads Up Display bringen geht wesentlich weiter als irgendwelche Schilder und Abbiege GIFs die in kleiner Form wie man es heute schon kennt zu machen sondern hier ihr seht diese blauen Pfeile hier wird weitere Information in die komplette Frontscheibe mit projiziert ja ist wahrscheinlich das richtige Wort dafür und da ist es einfach wichtig dass dieses System auch funktioniert oder vielleicht auch einfach ein paar Monate länger braucht und danach geliefert wird also ich denke was Volkswagen auf jeden Fall hinkriegen muss ist eine Software rauszubringen die vielleicht auch im limitierten Umfang erstmal ausgerollt wird und wo die aber capable also die die fähig ist die Informationen über einen Software Update dann später zu bekommen und dann andere Funktionen weiter freizuschalten und ich setze darauf dass sie das hinbekommen werden Oh der Immobilitätsberater schreibt die Landesförderung in NRW ist gestoppt seit Ende Februar 2020 Okay dann korrigiere ich mich da So Wer mag schreibt mein unverbindlicher Liefertermin für den City Go wurde gerade von Juni auf September verschoben dann gucken wir mal ob der Peter Sauer auch im Chat ist und was der dann sagt wenn er erst sein E-Up der kann jetzt schon kaum nachts schlafen und hat schon alles organisiert von Ladekarten über Wallbox und so weiter und Ladekabeln wenn der erst sein sein E-Up auch im September kriegt gucken wir mal was da passiert der Blauzahn schreibt etwas und wird geblockt machen wir mal folgendes ich habe einen schnellen Moderator hier schon drin fantastisch vielen Dank dafür also weiter geht es dann mit Korea Korea hat einen Plan veröffentlicht wie die Tankstellen zumindest die koreanischen Tankstellen der Zukunft aussehen und zwar wollen die 76 rein Schnellladertank sollen aufstellen oder Tankstellen aufstellen wo einerseits die Fahrzeuge den entsprechenden Platz oder möglichst platzeffizient aufgestellt werden zum Laden und es eben etwas für die Ladeweile gibt wir sprechen davon Supermärkten also Quick Shops wo ihr dann reingehen könnt aber auch Restaurants Cafés die da dementsprechend mit hinkommen das sind doch mal News die sollte man an vielen mehr Plätzen haben die uns einfach weiterbringen und das Thema ist dass das hier stark natürlich von dem koreanischen Automobilhersteller Hyundai mit unterstützt wird also absolut geniales Konzept ich hoffe dass das bei uns auch so weiter geht der Soul Electric Fan schreibt aber wird VW mit der Software dann auch eine Sharing Funktion anbieten also wenn du das zeitlich unbegrenzt machst ja so etwas wird es auch von VW geben wenn du jetzt fragst ob das bei dem initialen Rollout der Fahrzeuge mit drin sein wird nein denn da denke ich wird es auch noch regulatorisch einiges zu Regeln geben da wird es wahrscheinlich sogar notwendig sein dass wenn du diese Sharing Funktion machst du dich für einen entsprechenden Versicherungsanbieter entscheiden musst also wir kennen ja alle Future.Rent vom Robin diese Vermittlungsplattform oder eben Toro und so weiter und so fort also da können ja heute schon Privatleute ihre Fahrzeuge zum Vermieten eintragen und dahinter steckt dann eine Allianz oder eben eine andere Versicherung die dann diesen Zeitraum auch mit abdeckt und das muss dementsprechend dann auch in diesem Modell sein es ist vorgesehen es ist auch meine ich in Beta Version von der Software die für das Fahrzeug kommen sollen mit vorgestellt worden dass diese Funktion da mit drin ist also ja das wird kommen aber wir haben ja gelernt bei der Umfrage die zum Beispiel bei Sono Motors auch gekommen ist dass die Fahrzeug Besitzer gar nicht so heiß da drauf sind also ich denke da wird es auch Anreizsysteme brauchen oder beziehungsweise das in dem Mindset der Leute zu erweitern also auch Tesla ich finde es interessant dieses Thema Robotaxis dass die Fahrzeuge sogar führerlos zu einem Mieter hinfahren und dann wieder zurück zu meinem Parkplatz dann dementsprechend kommen ich denke das wird aber auch oder ich habe von vielen gelesen dass die ihren Tesla nicht jemanden anders anvertrauen würden und da immer noch dieser Fakt das ist mein Fahrzeug und ich möchte nicht jemanden Fremdes damit fahren lassen noch eine ganz große Hürde ist die die da erst einmal mit überwunden werden muss so Model Y ich glaube damit war es das dann auch schon langsam bei Tesla ich glaube eine kommt noch aber auch dieses Video hänge ich euch unten mit rein denn hier ist wieder Sandy Munro bei uns wären es wahrscheinlich Fahrzeugingenieure oder Gutachter die sich darauf spezialisiert haben Fahrzeuge auseinander zu nehmen und zu bewerten wie gut die Fahrzeuge verbaut sind oder was für Technologien dort eingesetzt wurden ihr erinnert euch wahrscheinlich die hatten auch damals zusammen mit dem Consumer Report von den schwachen Bremsleistungen berichtet wo dann über Software alle verwundert wurden dass der Tesla nachgebessert hat beim Model 3 und hier haben sie sich in erster Linie Bodywork also den Rahmen des Fahrzeugs wie alles verbaut zusammengesetzt ist angeguckt und das neue Wirring Konzept angeguckt und waren verblüfft und also was heißt verblüfft waren sogar sprachlos von diesem Fortschritt und diesem neuen Ansatz kilometerweise Kabel einzusparen und das geschickt dazu verbauen schaut euch auf jeden Fall das Video mit an bevor ich hier einen Copyright Strike kriege lasse ich das mal weg ist allerdings sehr informativ der Thomas Havlik schreibt gerade in Hilden am Ladepark hat man wohl schon einen Mustern Mach eh gesehen der da sogar geladen hat das wäre natürlich ein Video hat da einer ein Video gemacht und das bei YouTube hochgeladen dann gerne den Link in den Chat rein dann hänge ich das gerne auch mit rein das würde mich auch interessieren ich glaube das wird auch ein sehr interessantes Fahrzeug da habe ich mich ja auch belehren lassen da war meine initiale Meinung ja auch eine andere zu so und genau das ist jetzt die letzte Nachricht zu Tesla nochmal und zwar ist es jetzt auch hier dass Tesla jetzt weitere Reserviere angeschrieben hat also die Einstiegs oder die günstigere Variante mit dem nur Heckantrieb Motor haben wollen dass die sich darauf vorbereiten sollen dass diese Fahrzeuge demnächst auch 15. und 30. März ein Delivery Window genannt haben das ist jetzt leider schon vorbei aber hier geht es jetzt eher darum dass die informiert wurden dass die Fahrzeuge jetzt auch mit Heck Motor dementsprechend dann kommen werden ja General Motors hat sich auch einen starken Partner gesucht und zwar Honda mit dem sie auch zusammen neue EVs bauen wollen allerdings sprechen sie nur von zwei vollelektrischen Modellen bis 2024 die sie gemeinsam auf den Markt bringen wollen hier geht es auch um das Batteriesystem oder die Plattform die sie da bauen und wollen da dementsprechend auch dann konkret mit Markt Anteile erobern das Problem was ich gerade sehe ist bei PSA und Fiat deren Zusammenschluss und Fusion steht ja gerade nicht unter dem besten Stern aufgrund der Pandemie denkt man drüber nach das eben nicht zu machen und da müsste dann definitiv auch noch ein weiterer Partner mit dazukommen damit die Investitionen die dafür notwendig sind eben abschreiben beziehungsweise untereinander verteilen können um überhaupt zu überleben also das wird da auch noch mal interessant hier hier schreibt jetzt gerade das neue wiring system schreibt der cdus 1982 wurde noch nicht enthüllt es ging nur darum dass alle kabel in schutzschläuchten verlegt wurden okay das ist wahrscheinlich noch mal ein hintergrund zu dem zu dem Teardown von dem Model Y und der Reimann Stapelfeld schreibt eigentlich hat Honda GM gesucht ja also GM hat ja mit seiner Großoffensive von dem wir gesprochen haben diesen Weg geebnet und das ist ja hier auch was hier gestellt ist diese Plattform die von GM kommt nichts destotrotz geht es glaube ich hier darum dass man auf Basis dieses Clarity Fahrzeuges von Honda weitere hocheffiziente batterieelektrische Fahrzeuge bauen also Clarity ist heute ein Wasserstoff Fahrzeug hat aber wahnsinnig gute CW Werte und damit möchte man weitermachen das meine ich zumindest so weiter geht es und das ist das was ich eigentlich vorne mit bei Audi haben wollte wir haben letzte Woche davon gesprochen dass der nächste 7er BMW auch als vollelektrischer 7er auf den Markt kommen wird Audi hat sich dazu entschieden eine vollelektrische Version ihres A8 Flaggschiffs anzubieten die werden maximal mit einem Plug-in Hybrid auf den Markt kommen die dann 30 Meilen also wir reden irgendwie irgendwie wieder von 45 50 Kilometern dann weit kommen werden und das ist etwas was mich ein bisschen unglücklich eigentlich stimmt weil ich denke dass man gerade auf diesem Fahrzeug mit so viel Platz auch zeigen könnte dass man mit einem Tesla Model S oder einem Lucid Air oder anderen großen Limousinen mithalten kann und die Technik in der Hand hat aber vielleicht ist das Fahrzeug auch schon lange auf dem Reißbrett konzipiert gewesen dass es eben vielleicht bei der übernächsten Version des A8 dann vollelektrisch wird und hier steht nicht nur BMW sondern auch Mercedes auch die S-Klasse wird es ja als vollelektrische Variante geben also das könnte gegebenenfalls ein Eigentor sein wobei das ja auch homöopathische Mengen sind wo so ein A8 verkauft wird also ja schauen wir einfach mal für mich sind das eigentlich immer so Präsentations Cases was man technologisch alles im Unternehmen hat und was man in den nächsten Jahren auch bei Standard Fahrzeugen erwarten kann und dann finde ich es schade dass man diesen Weg und diesen Effort nicht auch bei dem Top Modell dem Flaggschiff dementsprechend macht etwas was ich selten drin habe aber was mich unglaublich interessiert ist diese Thematik dass wir in der Nordsee jetzt Floating Windturbinen bekommen das heißt früher hat man immer nur dort auch Windturbinen bauen können wo ich sie am Grund festmachen konnte es gibt seit längerem dass die Technologie und das Konzept dass es schwimmende Windturbinen gibt die dann unten einen Ballasttank sozusagen haben um das Thema dann auch bei hohen Wellengängen dementsprechend stehen zu lassen oder beziehungsweise über Wasser zu halten halte ich für ein geniales Konzept und bin da sehr sehr daran interessiert wie das damit weitergeht hier steht auch nochmal da drinnen dass wir in Deutschland das erste Mal oder im ersten Quartal diesen Jahres das erste Mal über 50% an erneuerbarer Energie produziert haben und das wird definitiv jetzt noch höher werden weil jetzt nämlich die Sonnenmonate dazu kommen wo alle PV Anlagen Besitzer oder die großen industriellen PV Anlagen ordentlich Strom produzieren werden und das ist auf jeden Fall für mich der richtige Weg der richtige Weg und auch ein Weg den ich obergenial finde ist hier von der norwegischen Ölgesellschaft Equinor die sind nämlich aus dem Lobbyverband der Ölgruppen rausgegangen der IPAA und wollen zwar weiterhin Öl produzieren also auch weiterhin Gas und Öl aus den Quellen der Erde rausholen aber fokussieren sich halt eben auch darauf das so umweltfreundlich und nachhaltig wie möglich dementsprechend zu machen und eben nicht auch zu Lobbyen und irgendwelche Verzögerungstaktiken ich will jetzt keine Lügen oder sonst was sagen aber Verzögerungstaktiken oder sonst was in den Raum zu bringen also finde ich auch einen sehr sehr guten Ansatz und dann kommen wir auch schon zur letzten News für diese Woche und zwar hat Ford auch aufgrund der Krise mitgeteilt dass sie im Rahmen oder im Entwicklungsrahmen ihres Mach-Es sind dass sie ihre Ingenieure nach Hause geschickt haben und haben das einfach mal dokumentiert dass die Ingenieure auch von zu Hause aus weiter an den Fahrzeugen entwickeln also hier steht ihr müsst euch das vorstellen eigentlich ist das so dass das Fahrzeug in einer privaten Garage gerade weiterentwickelt wird und das in vielen Garagen und dann halt über Medien wie Team Sharings und so weiter dann sich ausgetauscht wird was ein Arbeiten der Zukunft ist man hat es immer als Future Workplace genannt jetzt hat man aufgrund dieser Pandemie sogar dieses Thema schneller wahrscheinlich adaptiert als es eigentlich notwendig war was mich hier an dem Bild ein bisschen fragend hinterlässt ist hier sieht der Mach-E doch recht hoch gebockt aus also dass es eher in Richtung COV geht oder sogar hoher COV geht aber nach wie vor ich halte das Fahrzeug jetzt für sehr interessant ich gucke mal rein es hat niemand hier einen Link zu dem vielleicht gesichteten Mach-E gesehen vielleicht sieht ja jemand beim nächsten Ladevorgang ein und macht dann ein Video und verlinkt das Video dann hier mal her ansonsten bin ich am Ende der Sendung angelangt da hat der Jogi noch was geschrieben Monroe hat einen eigenen YouTube Kanal das ist richtig der Reimann Stapfelfeld ich gehe davon aus dass ein eigenständiger A8 auf der PPE Plattform geben wird genauso wie bei Mercedes auf dem EQS okay ja das könnte wirklich sein und dann schreibt noch der Oliver Petersberger die werden doch angekettet ähm ja also wenn sie feststehen werden sie angekettet ähm ähm sie werden aber auch oder sie sind aber auch ähm wie nennt man das denn justierbar oder oder transportierbar also die können ähm mit einem Schiff dann dementsprechend auch an andere Orte gebracht werden diese schwimmenden äh solar äh solar diese schwimmenden Solarwindturbinen die Windturbine so damit bin ich am Ende der Sendung angelangt ähm mein Equipment ist äh endlich angekommen das heißt es wird auch weitere Videos zu dem Thema Fairinvest in den nächsten Tagen Stunden vielleicht sogar geben ich bedanke mich nochmal bei allen die heute dabei gewesen sind lasst gerne noch einen Daumen nach oben da ähm ähm folgt mir auch auf äh Twitter äh wenn ihr das denn wollt und dann habe ich jetzt auch genug shameless Plugging betrieben vielen vielen Dank dass ihr alle wieder so zahlreich eingeschaltet habt bleibt gesund genießt das schöne Wetter da draußen und wir sehen uns in einer der nächsten Sendungen allerspätestens aber am nächsten Sonntag oder in einem Gastinterview wenn äh wir jemanden Interessantes dazu noch finden dazu dürft ihr mich auch gerne anschreiben oder in diesen äh Link mit eintragen danke fürs Zuschauen und bis bald euer André von Fair Ciao Ciao und bis bald 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 Vielen Dank.